Ich übergebe den Herrn Goldmann mein Universalband, damit er sein Latschen viel besser zumachen kann. Vielen Dank. Mit noch mehr, wie heißt das Ding, Umdrehungen und sowas. Und mein Universalband, der hat teurer gekostet wie von Herrn Goldmann sein Schuh. Das ist echt so, vielleicht wicke ich mir einfach das Band um den Fuß. So, Alter. Ich bin ein Gänseblümchenfresser. Oh Scheiße. Wir wollten gerade loslaufen und dann ist dieser nervige, überfettigte Müllsack rausgerissen. Das heißt, ich muss das jetzt mit zwei Müllsäcken aufteilen. Bäh, Igitt, Ekelhaft, Bazillenhaft, Krankheitserregen, Blutekel, Mammut. Ich bin ein Gänseblümchenfresser. Ich bin ein Gänseblümchenfresser.